Hallo Dere, ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal, wie man ein Laufrad einspeicht und das in einer besonderen Form, weil ich habe mir immer gedacht, so schwarze Speichen sind immer langweilig und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme mal Farbige, da mal ein bisschen Akzente setzen und anderes Design einfach ein bisschen Farbe ins Spiel bringt. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ob der KD-Felge, wenn ich genau da, wo der Schriftzug ist oder dieser Aufdruck, weiße Speichen nehme oder nehme und da überall, wo es schwarze ist, schwarze Speichen, das würde genau gut ausgehen, das sind hier 8, hier sind 8, hier wieder 8 und hier wieder 8, also 16 schwarze und 16 weiße. Da habe ich mir gedacht, hm, okay, ja, vielleicht können wir noch, ich mag ja rot sehr gern, rot-schwarz, vielleicht könnte man noch zwei rote Speichen, genau da, wo der Ventilsitz ist, genau daneben, links und rechts, eine rote Speiche hochgehen lassen. Vielleicht noch mit roter Folie einen Akzent setzen, so, über von einer zu anderen Speichenloch, ja, könnte cool ausschauen. Ja, das probieren wir mal, weil ich habe nämlich heute Post bekommen, das machen wir jetzt dann mal auf. So, jetzt habe ich hier noch rote Folie, da probiere ich jetzt gleich mal was aus. Schneiden wir da mal einen Streifen, so, ungefähr. So, jetzt schaut eigentlich ganz cool aus. So. So, jetzt machen wir die Folie natürlich ein bisschen flexibel. Dann schalten wir das da mal ab. So, jetzt kommt's. So, jetzt kommt's, boh, coi, coi. So, jetzt kommt's, boh, coi. So, jetztaksi ich jetzt実kliere. So, jetzt kommt's, boh, coi. So, jetzt kommt's für mich. So. So schaut das jetzt aus. Schauen wir mal, ob das was wird. So, jetzt haben wir mal die Location gewechselt, weil draußen ist es mir einfach zu kalt, da gehe ich halt ins Gästezimmer. Prost. Machen wir jetzt mal auf und dann schauen wir mal, was da drin ist. Also hier haben wir eine neue Nabel, eine Haube Profilnabel. Hier haben wir natürlich die roten Speichen, die zwei roten Speichen, 14 weiße und 16 schwarze. Passende Nippel dazu, zwei rote, 14 silberne, weil weiße gab es leider nicht und 16 schwarze. Ich bereite das jetzt alles mal vor und dann fangen wir an mit dem Einspeichen. Jetzt ist natürlich die Sache nicht so einfach, weil wir wollen ja so einspeichen, dass auch die farbigen Speichen da sitzen, wo sie hingehören. Deswegen mache ich das jetzt auf meinen Oberschenkeln und mache jede Speicher einzeln einführen. Somit kann man besser kontrollieren, wo die Speichen dann sitzen. Natürlich sollten gewisse Vorkenntnisse schon da sein, dass man weiß, wie ein Laufrad eingespeicht wird. Aber schaut euch das an, wie ich das mache. Vielleicht hilft es euch weiter. Ich fange jetzt an, von der linken Seite aus zu speichen. So, das heißt, ich mache es mir etwas einfacher und fange an mit einer roten. So, wir stecken von außen nach innen. So, jetzt kann man normal, wenn man schwarze hat, jedes zweite Loch stechen. Ich fange immer oben an, am Ventilsitz, wenn man hier sehen kann, hat auch hier diese Felge Speichenlöcher, die nach links und nach rechts weg gehen. Wir brauchen natürlich das, was jetzt nach links geht. Also fangen wir vor. dem Ventilloch an. Das heißt, ich möchte ja hier eine rote haben. Und jede weitere, jede zweite, die wir von außen stechen, sitzt vier Speichenlöcher weiter. Das heißt, wenn ich hier eine rote sitze, dann eins, zwei, drei, vier, kommt eine weiße. Also nehme ich eine weiße. So. E. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, eine schwarze. Da wollen wir vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Da wäre natürlich auch noch eine schwarze. Also wäre die nächste auch noch mal eine schwarze. Da haben wir eins, zwei, drei, vier. Eine weiße. Eins, zwei, drei, vier. Die nächste wäre auch eine weiße. Die nächste wäre auch eine weiße. Eins, zwei, drei, vier. Die schwarze. 1, 2, 3, 4 und wieder eine schwarze Wie ihr sehen könnt, jedes zweite Loch von außen gestochen Was ich noch erwähnen wollte, macht bitte etwas Öl auf das Gewinde der Speicher So, ins Weiße Next one Und immer, wie gesagt, das vierte Loch So, wie ihr seht, es sollte zwischen jeder Speicher drei Löcher frei sein Dann habt ihr das auf jeden Fall mal richtig gemacht, wie ihr sehen könnt Dann haben wir hier den roten Hier ist noch weiß, also eine weiße Schwarz, schwarz, hier haben wir wieder weiß Wieder weiß, schwarz, schwarz Jetzt drehen wir die ganze Geschichte um Wenn ihr jetzt genau schaltet und schaut von oben durch, nehmt ihr die rechts daneben Also wenn ihr die Löcher vergleicht, sind sie natürlich leicht versetzt Und ihr nehmt jetzt das, was rechts daneben ist Also wenn ich jetzt hier eine Speicher setze, dann sitzt sie hier daneben Das heißt natürlich, hier oben eine weiße Also steche ich von außen wieder nach innen eine weiße Und die sollte immer vorbeifallen Sehr gut Ich würde jetzt natürlich gern die immer gleich einsetzen Wenn das noch geht Eins freilassen Das wäre dann hier, also schwarz So, jetzt sollte das ungefähr so ausschauen Wir nehmen jetzt das Laufrad Wir drehen die Narbe in Laufrichtung Ich fange gleich von der rechten Seite wieder an Ich möchte jetzt hier reingehen Ventilloch ins nächste Das heißt, wir müssen die von innen kreuzen und zwei von außen Also, gehe ich jetzt mal hier in dieses Loch So, eins, zwei von außen Gehen wir hier drüber Und anschließend gleich ins nächste Loch So, jetzt könnt ihr ein bisschen fummelig werden Darf ich gleich einen Tipp für euch Ich persönlich mache es immer so Ich nehme den Nippel Und eine Speicher Ich setze erst den Nippel ein Und dann drehe ich ihn auf die Speicher So, jetzt können wir Jetzt gehen wir gleich ins nächste rein Wer auch weiß Das heißt, wir kreuzen wieder zwei von außen Dann die rote natürlich von innen Und ab ins nächste Loch Das heißt, wir nehmen wieder eine Speicher Drehen zwei Gewindegänge auf Ich nehme den Nippel durch Ich nehme den Nippel durch Nächste Nächste wäre eine schwarze Also, wir nehmen das nächste Loch Und natürlich ein schwarzes Nippel Wir kreuzen wieder zwei von außen Eine von innen Und nächstes Loch Nippel durch Jetzt kann man auch erkennen Dass überall drei Speichen zusammen sind Jetzt drehen wir die ganze Geschichte um So So Wir müssen natürlich Zwei von außen Und eine von innen kreuzen Das heißt Ich würde jetzt Nach der Also In dieses Loch gehen Zwei von außen 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 Und jetzt Zwei von außen zwei von außen Kreuzen Zwei von außen Jetzt sind wir fertig mit dem Einspeichen, alle Speicheln sind da wo sie sein sollten. So, jetzt würde ich euch empfehlen einen Nippelschlüssel nehmen und jede Speiche auf die Speiche zu drehen, bis das Gewinde abgedeckt ist. Also, dass man sozusagen kein Gewinde mehr sehen kann. So, wir haben alle nachgezogen bis das Restgewinde, bis man kein Gewinde mehr sehen kann, dann sollte das ungefähr so schauen. Ja, zum Zentrieren kommt es dann in einem anderen Video. So, jetzt sind wir draußen, ich habe das Laufrad schon mal zentriert und eingebaut, jetzt könnt ihr euch das mal anschauen. Hinten habe ich das auch schon gemacht. Und ich finde, ich persönlich finde das schon toll. Mir persönlich gefällt es ganz gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen. Ja. Dann seh mal noch ein».